Jetzt haben wir uns mit dem Schiff ein bisschen festgefahren. Da ist nicht mehr genug Wasser an dem Kiel. Es saust hier unten fest am Grund. So, und jetzt? Da vorne ist ein Grau-Reihe. Und der Neiße da vorne ist eine Silber-Reihe. Oder ne, das ist eine Seiden-Reihe, ein bisschen kleiner wie Silber-Reihe. Jetzt fehlen nur noch die Kogodile. Aber es geht nicht richtig vorwärts. So, das ist eine Seiden-Reihe. So, geile Sache hier. Ich glaube, da händel ich ein Krokodil. Nur ist aber gut. Nur ist wie ein Schloss. Wie immer Schloss. Schloss.